Liebe Jasmin, was macht denn ein Consultant bei der NAWAX? Also ein IT-Consultant bei der NAWAX ist zuständig für folgenden Aufgabenbereich. Zum einen haben wir die Kundenberatung, dann das Abhalten von Workshops und Schulungen, Erstellen von Spezifikationen, Testen und Einrichten. Und wer ist dafür geeignet? Personen, die einen Schulabschluss haben, HTL, Fachhochschule, Universitätsabschluss. Wenn ich das nicht habe? Erfahrungen in dem Bereich, wer von Vorteil natürlich, also wenn jemand das mitbringen kann. Und gerne stellen wir dann auch einen Mentor zur Verfügung für einen Junior-Consultant, der ihn dann bei den Tätigkeiten unterstützt. Und nach einer Zeit bekommt er seinen eigenen Arbeitsbereich, Umfeld, wo er sich dann selbst entwickeln kann. Und welche Kenntnisse braucht man? Hardfacts, also ein IT-Consultant muss auf jeden Fall ein kaufmännisches und technisches Wissen mitbringen. Gute Englischkenntnisse, Softskills hätten wir dann, die Reisebereitschaft, wir sind viel unterwegs. Und den Team-Spirit. Wir arbeiten viel im Team zusammen und das macht auch Spaß. Dankeschön. Gerne, bitte. Vielen Dank.